Willkommen zur Liveziehung der Lottozahlen. Nur auf Lotto.de Samstag, der 2. Juli. Schönen guten Abend. Willkommen zur Liveziehung der Lottozahlen. Wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken. Und es ist wie immer natürlich alles ordnungsgemäß überprüft. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ihnen allen jetzt viel Glück. So, es ist die erste Zielung. Die Lottozahlen sind jetzt in den Momenten. Der höchste Platz. Also, der größte. Die Lottozahlen sind jetzt in den Momenten. Die Lottozahlen sind jetzt in der Klasse 2. Nächste ist die Sieben. Das Spiel ist die 77, da hat man weiter die 300 Euro und jetzt die 4,5,5,4 oder 7, stellen die Gewinnzahl richtig. Vielleicht kommt es heute, die Gewinnzahl der Ritualisten. Nächste Wertezahl ist die 37. Und bei Super 6, da geht es wieder bei der Tiener-Spielung bis zur Wettklasse mit 100.000 Euro, 16.000 Euro auf der Tür und ein Tipper aus Bayern hatte da letztendlich. Viel Spaß hier, da ist ein schönes Urlaubsrad. Nächste ist die 45. Und wir kommen aber zurück, das Spiel ist die 17. Der Topf in den Mittwoch und Topf in den ganzen Tag. Das ist die große bundesweite Sommer-Sonderausbildung. Also da könnte sich dann das Kreuz hier beim Spanchen zusätzlich loslegen. Vorletztes ist die 8. Und die Verluste zusätzlich für einmal 777.777 Euro verbringen. Also wir müssen uns wieder mitmachen, uns vorzumachen, dass sie unterscheidet. Die letzte für heute ist die 9. Hier nochmal in einer Reihe die 6 Richtigen vom heutigen Samstag. Und mit denen geht es jetzt natürlich um unseren Jackpot. Es geht um die 10 der Superzahl. Ich drücke nochmals die Daumen. Ihnen allen viel Glück. Also 10 Millionen Euro im Jackpot für die 6 Richtigen mit der passenden Superzahl. Wie gesagt, wenn ihr nicht passen solltet, 3 Millionen Euro in der Rundklasse 2. Und spürt es uns jetzt noch weiterer 3 Millionen Euro heute. Superzahl ist die 7. Und hier sind nochmals alle Gewinnzahlen in der Übersicht. Erstmal die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 7, 8, 9, 20, 37, 45 und die Superzahl 7. Jetzt noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Super 6. 8, 6, 3, 2, 1, 8. Und noch die Gewinnzahlen im Spiel. 7, 7, 7, 8, 4, 1, 8, 4, 2, 3. So schnell geht's. Das war's. Das war noch schon am Samstag. Die nächste Chance gibt's wir und natürlich kommende Mittwoch 18.25 Uhr live hier aus Saarbrücken. Nicht vergessen, Sommer, Sonderauslosung, Spiel 77. Das Kreuzchen kann sich lohnen. Bis dahin Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, smart, bis gut. Tschüss.